Deswegen hängen die da gerade so rum. So geil. Das ist ein geiler Trick, ne? Das nennt man den, wie cheaten wir einfach rum, Trick. Er hat ja keine Energie mehr hier. Au, die Energie ist alle rum, ist die Energie alle. Jawoll! Jawoll, jetzt bin ich da unten gelandet. Ah, da ist ein Enderman. Den brauche ich. Oh, er hört auf mich durch die Gegend zu schießen hier. Hi Enderman. Hab ihn. Kekse. Muss ich halt noch weg kommen hier wieder. Ich frage mich, ob ich Kekse mit Alchemie herstellen kann. Hallo. Oh, jetzt direkt. Oh, das gibt auch Kekse. Gut. So. Was braucht er denn zum Brennen, ne? Furnace Generator, den Wetzel und Geeling generatet, weil es nicht wieder funktioniert. Adi, nix wissen. Ne. Adi, weiß nicht alles. Spät das noch, eigentlich. Ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen, auch zwölf. Ja, dann lass uns vielleicht eine Pause machen. Naja, weiß wie lange meine Pause ist, ich hab Hunger. Ja. Ich muss selber was machen. Ja, ich muss auch noch welche aufrechnen und dann, na jetzt muss ich auch noch was. Also passen. Cookie Pfeile. Oh. So. Machen wir mal der Reparation. Da. Den können wir rausnehmen. Okay. Der rein. Das Fläschchen rein. So. Dann wäre echt immer noch die gleiche Rüste gegeben, ne? Obwohl wir schon bessere machen können. Ja. Aber ich repariere meine halt immer. Okay. Hebel kann man nicht. Weed. So. Weed. 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 Wir können Weed herstellen. Das ist gut. Der Weed. Gibt uns Beat. Yeah. Der Weed gibt uns Beat. Ja. Ja. Ne. Ne. Wenn mein Minecraft abgestützt ist, machen wir Pause. Es gibt mir keine Rückmeldung. Hä? Es gibt keine Rückmeldung Minecraft gerade. Schnarch Minecraft! Noch ne Quest fertig. Ja. Ist grad kacke. Aha. Drei. Resonant Flux Capicator. Zehn Millionen jeweils drauf. Bam. Bam. Das da rein. Das. 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 No. Alles weg? Ah. Minecraft. The Minecraft. The Minecraft. The Minecraft map. The creator becoming. 5 4k storage zählt hallo na ja jetzt gibt es keine rückmeldung mehr ich glaube ich wir machen eine pause weil mein kopf gerade bei mir nicht mehr will ja ich will mal kurz noch mal die andere quest gucken was das noch war als nächstes ich werde da einen changer der ist auch schon fertig er macht das gleich das war auch noch mal redstone gewesen ein legendary bag dark legends blaze protection aufgeladen ja gut ihr habt es gehört bei ihnen ist mein kopf abgeschmiert nein ist nicht abgeschmiert es hat einfach nur ewig lange gedauert hast du kannst zwei questen abschliessen ne ja gleich last protection x pink volume mode x code hat keine ahnung unstable x 1.000.000 rf drauf diamond level protection am power power 100% damage ich habe zaubert what speed auf 3 das war einfach nur ewig lange gedauert ja der musste tausend rezepte laden what the fuck 95% absorbiert er den damage die hose die ich gerade bekomme aus dem legendary bag cheetah what the fuck oh wir haben kaum wood eieieiei 3 3 habe ich drauf eeeeeee mann würde ich schnell geil schön 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 eeeeeee warte ich will nebchen für die ich will die Kicks Questa ich will die eine Questa fertig haben hallo welche damit ich diese kicks ich will die kicksquests einfach haben wirklich das mann ja geht mir nicht auf dem platz aber die ebene war jetzt nicht groß und ich dachte jetzt größer ich dachte jetzt größer gewesen die ebnen hier wow wow gibt mich doch mal in die flüssigkeit rein das war ich so ja ja glaub mir nicht ich glaube ja auch nicht ja jetzt bin ich da unten geportet worden ist richtig aha scheitzpiper ne ha ha kallik 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 ja Ja, ich bekomme gerade das. Jauuu! Mal ein bisschen ausleuchten hier unten. Ah, ich hab keine Fakke mehr, cool. Ah, tschüss. Bin wieder oben. Weed, weed, weed. Was ist das Ding denn eigentlich? Witzschluss, Kleckbräder, Nitor. Okay, ist egal. Jetzt braucht mein Kopf wieder, bis er die Rezepte geladen hat. Wo es angeblich abstürzt. Aber ich komme mal gleich wieder. Braucht er echt ab? Glaubst du ja nicht. Ich bin schon frech. So, Typ. Jauuu! Ich höre in die Kisten von da unten. Hi. Okay. Leck. Ich bin nicht auf den Sack. Jauuu! Jetzt bin ich wieder hier unten. Ich bin nicht verarschen, ey. Wollt ihr mich alle verarschen grad? Mein Fressen müsste ich an. Tschüss. Tschüss. Und wieder runter. Tschüss. Mal mitnehmen so weit. Jauuu! Schon wieder hier unten. Ist richtig. Das. Jauuu! Aha. Verarscht. Und tschüss. Hehehe. Hehehe. Alles mitnehmen. Boah ey, ihr nervt. Ach, das zeigt kein Brennen. Okay. Na dann. Bleib mal in der Flüssigkeit kurz dran. Guck mal in der Flüssigkeit. Guck mal in der Flüssigkeit. Sieh jetzt auf, also. Jauu! Jauu! Ich bin wieder da unten. Hier nervt. Das trägt sicher. Was willst du, du scheiß Skelette? Ja, Zombies. Was macht er jetzt eigentlich? Ist er kacken gegangen oder was? Hat er schnell auch mal Repair bekommen. What the fuck? Oh wow, geht das schnell kaputt. Okay. Vielen Dank.